hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von faktorio hier aus dem studio mein name ist master schröder und ich habe mir schon mal den flachen bahnhof hier hergeholt gerade eben noch fehlt jetzt nur dieses einfädeln hier so ist natürlich ein bisschen blöd dass das hier direkt an der kurve ansetzt aber mein gott ich wollte gerade sagen er wird ja nicht so oft befahren aber das glaube ich auch nicht ich glaube eher dass er ziemlich häufig befahren wird der bahnhof aber gut dass wir mehr dann sehen so jetzt eben auch wo ich hergeholt habe aus dem kupparblech rollenwerk nummer zwei und das ist hier ich schreibe kohl falsch 1 autos und dieses baum bergner aber egal so ich dass wir den namen so hier müssen wir dann anschließen einfach mit einem vierer also zwei auf hier müssen wir daher machen und dann dass sie ihn hier drauf verteilen beziehungsweise wir könnten die wenn der 14 stück hinstellen da kannst du wieder schuldig geteilt so heißt also wir brauchen jetzt hier erstmal jeweils zwei fabriken dahinter also hier so hinter 1 aber wieder so und lassen dann einfach das da rein transportieren und hier was raus transportieren und zwar stellen wir uns erstmal wieder so um hin so ohne dem fall ist so richtig gerade moment so um du legst rein du nimmst von da kurz du legst rein du nimmst von da lang so das brauchen wir jetzt hier um aus dem fusseln eliz zu machen die brauchen eigentlich ordentliches reinlegen manöver immer also muss ordentlich nachgeschaufelt werden ich hoffe dass das geht mit dem einen ansonsten machen wir dann noch ein tabler raus so das macht natürlich dieses werk auch und dann kriegt das natürlich auch hier den stromanschluss aber die stromanschluss sind jetzt sicherlich auch von hand dann so je nach einer da noch einer und dort noch einer so dann brauchen wir den stromanschluss hier noch mal ans ende der welt so sehr schön gut dann haben wir pellets das geht jetzt wieder falsch rum hier in das förderband bei dem förderband weiß man nicht das ist wieder falsch rum okay wie ich das hier noch übereingesetzt wieder irgendwie auch klar dass ich das wieder das ist auch falsch rum ist also quasi genau da das wird hier dann machen wir das hier so die unteren ende erstmal so und das noch mal am hohen ende hier so und jetzt müssen wir die brust die förderbänder in die richtige richtung bringen so so könnte aber schulhaus werden okay so jetzt kriegen wir hier das nächste material raus und da müssen wir auf wie viel gehen auf insgesamt noch drei werke mit diesen zwölf dingern hier das heißt da gehen wir jetzt einfach ganz knallhart mit hoch das war natürlich jetzt eher sehr semi optimal ach so das geht hier noch gar nicht okay und so eins später hoch gehen dann gehen wir einfach knallhart hier eins hoch so die liegen ja schon immer beidseitig drauf das ist ja schon was gut an der sache dann können wir jetzt hier einfach einfädeln 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 so dann laufen dort an drei werken die uns dann hier den klutz da draus machen die dinger dran vorbei ist eigentlich mit einem förderband getan 24 stück hier das ist mit einem förderband getan so da gibt es dann hier hinten auch einmal strömlinge und dann gibt es hier unten sozusagen den abtransport und den machen wir mit einer doppelstock technik hätte ich was gesagt so wenn ich das doch auch schau die drauf so okay hat das jetzt hier wieder so exzellent sehr gut gemacht hast du bist wenn der vorrangige faktor über spieler nein man muss sich das ja auch einreden damit es klappt irgendwann so und hier müssen wir dann jetzt 14 öfen aufstellen die dann auf zwei förderbänder arbeiten also machen wir sieben öfen hintereinander wo sind denn die 1 2 3 4 5 6 7 ich kann das ihnen zählen hey ist es gar nicht nur so schlimm mit mir so dann brauchen wir hier ein bisschen so in die richtung dann brauchen wir hier hinten noch ein bisschen strom das ist aber alles nicht wird das schlimm jetzt richten wir hier hin dann brauchen wir das problem ist aber dass wir jetzt jemals ein förderband voll haben hier jetzt haben wir das sieben stück und das problem ist aber dass wir jetzt jeweils ein förderband voll haben hier jetzt haben wir sieben stück wir machen wieder doppelstock technik am besten wovon denn einer bloß schaut liegt habe ich den stromkabel abgeschlossen und dann geht hier ein förderband durch kommen sie mal mit so wir gehen fördern durch was trifft sich günstig so je nach außen raus habe ich nur noch förderbänder ich glaube nicht weiß ich nicht wenn man ein paar 6 aus 49 war jetzt die möglichkeit aber hier macht natürlich genau falsch rum wieso liegen die hier und das auch so warte mal da fehlen die einwand die brauche ich jetzt schon noch selber hier hin so nehmen wir den von hier oben noch mit müsst ihr kontinuierlich ja das ist eigentlich bloß ein förderband der 60 habe ich ja ja auch 60 habe ich gesetzt einer hier an einer da dran einer hier an jetzt mangelt es mir an zwei förderband ich habe noch eins zu viel gebaut wo ich eins wegnehmen kann hier unten kann ich noch eins wegnehmen jetzt nicht zu lange ungleichmäßig beladen lassen hier aber ist eigentlich wurscht mal so gut damit gehen jetzt charcoal von hier aus auf reisen müsste ungefähr mal ein förderband voll hier durchgängig produziert werden das sieht gut aus schaffen die das hier dass sie immer kontinuierlich arbeiten das schaffen die hier auch sehr gut also das sieht erstmal schon mal ganz okay soweit aus und damit haben wir hier ein kleines charcoal werk angebaut am kohlewerk oder am holzwerk welches uns erstmal 60 charcoal pro sekunde liefern kann jetzt können wir ganz kurz im produktionsschirm angucken bei der charcoal jetzt haben wir momentan 500 in produktion und 200 in verbrauch dass wir die letzten zehn minuten sind oder die letzte stunde ist das gar nicht mal so eine positive entwicklung dass wir mehr charcoal haben wird jetzt erwartet dass ich jetzt hier erkenne dass ich mal irgendwie ein bisschen mehr produziere als normal aber naja vielleicht nivelliert sich das gerade noch hin aber wir haben auf jeden fall überproduktion das ist schon mal gut dass wir da eine überproduktion haben und dann gehen wir hier noch mit dem dran so und da unten machen wir noch dann blauen hin wenn ich einen hätte habe ich nicht ach so den haben wir ja erforscht hier haben wir die dinge haben auch schon erforscht da muss ich auch noch was mitmachen die minerape kiste wo ist denn jetzt das ding was ich suche hier immer noch mal welche von und damit bieten wir hier schon insgesamt 10k an also ihr darf charcoal abgeholt werden sie wird produziert weiß nicht ob die öfen zu langsam sind oder nicht richtig rauslegen können eigentlich so dass gehen und habe ich zu wenig öfen ich habe doch 14 öfen machen weil hier dieses mehr quasi nicht immer ablegen können aber gut das hat auch schon mal viel schönes vielleicht braucht man ja auch das 2,4 oder so das kann natürlich auch sein reingucken hier ja 2,2 ok dann ist das klar dass das dritte selten was ablegt gut ich würde sagen das war schon mal ein erfolg und sagt hier guckt da kommt der zug auch schon an und will hier was haben also wird das auch schon angenommen und abtransportiert und damit ist denn sozusagen die in dieser produktionskette hier so ein bisschen die entlastung da also ein bisschen mehr produzieren weil hier haben wir naja so hätte ich so knapp 20 charcoal gesagt die hier ab und zu abtransportiert werden und ich hätte natürlich auch dieses werk hier umbauen können zu einem rein charcoal werk aber ich hier muss ich mir noch mal ganz neue gedanken machen für diesen brennstoff hier momentan haben wir genug davon ist erstmal gut würde ich sagen und lasse ich erst mal stehen als gedenkruine aber behalten wir im hinterkopf so dann haben wir natürlich noch den glorreichen auftrag unseren artilleriezug mal wieder zu verschicken das haben wir wieder nicht gemacht am anfang der folge aber wenn es mir innerhalb einer folge noch einfällt würde ich sagen können wir das noch auf die haben seite buchen und ich schicke den mal hier unten hin weil ich glaube er hat hier unten richtig viel zu tun und zwar leeres frachtinventar oder inaktivität damit er da mal ein bisschen uns unterstützt bei der wohnepidemie die wir außen haben und epidemie ist es ja nicht sondern die wohnplage er gut dann haben wir das charcoal werk sind fertig das ist schon mal gut dann kommen wir uns auf die to do liste wir haben sozusagen holzkohle werk steht hier ja schon charcoal werk an bannwerk auch gut nein ich wollte nicht draufklicken also holzkohle werk im einzelnen bleibt noch erst mal so obwohl das ist ja ja wir arbeiten baumberg soll das hier heißen angeliedern erledigt ist mir auch ach von mir ist blockiert ist egal bestätigen aber mal gelb so gelb sind die erledigte wieso ist das neben mir nicht mehr zugeordnet hier so aber fertig so würde ich sagen so holzkohle werk was habe ich da reingeschrieben in einem viertel benötigt würde ich jetzt erstmal als nicht gestartet ordnen wir uns zu produktionsverlauf anschauen produkte noch mal prüfen also das ganze stellen wir einfach auf prüfen dass wir das bestätigen so dann sehen wir das hier das ist dann erstmal das ist dann erstmal blockiert so altes kraftwerk würde ich sagen blockieren wir auch erstmal haben wir aber nicht fertig ist dann bis zum fest werk umgebaut eine hälfte eine hälfte ist zum für das ist zum fest brennstoff werk umgebaut worden best best steht noch unsinnige weise rum schreiben wir schon mal dazu damit wir wissen dass wir schon mal unsinnig angesehen haben bestätigen so damit sind die beiden blockiert adi zu versenden ist immer da mindere slutschwerk wieder in betrieb nehmen das haben wir erledigt damit haben wir ja jetzt gar nichts auf meiner to do liste das passieren sehr schön also da haben wir schon ein paar sachen wieder abgearbeitet das schöne an der sache ist dass man da so ein bisschen nachgucken kann was habe ich denn überhaupt getrieben ist für mich auch eine sehr gute gute unterstützung bei den einzelnen folgen dass sie vielleicht nicht mehr ganz so durcheinander kommen so hier müssen wir noch eine markierung setzen und zwar müssen wir hier mal organisatorischer weise ein rotes rotes werk nummer eins bestätigen und dann bitte dahin so das sind wir ein rotes chipwerk und das ist nämlich hier da müssen wir auch eine markierung draufsetzen markierungen hinzufügen black chipwerken hätte ich da red chipwerk schreiben müssen habe ich den grünen oder auch grüne chipwerk nein schwarz mein gott schwarz 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 chipwerk schwarzes schwarze chipwerk das klingt ja alles falsch schwarz 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 flogen gesch давайте um ab vergessen so aber was wir haben haben wir erst mal okay gut hier müssen wir ach so das können wir auf die to-do-liste schreiben überarbeiten sie muss hingehört wie heißen das zeug dieses ferros chloride wieder aufnehmen das ganze ist ganz oben aufhören und wird jetzt in arbeit gesetzt denn wir haben sowohl hier als auch hier das war das klo hat noch nicht wieder in betrieb das heißt diese werke stehen gerade das habe ich ja gemacht weil ich erst mal mit den grünen chips und den blauen chips und so weiter auf irgendeine art und weise klarkommen wollte wenn mein blaues chipwerk läuft jetzt aber sagen so richtig rund und optimal läuft nicht hier sieht man schon wieder hier fehlt schon wieder der titanenrohstoff also das ist quasi momentan unsere größte baustelle oder eine der baustellen die wir haben dass wir nicht genügend titan barren hier raus bekommen das liegt ganz schlicht und einfach daran dass wir nicht genügend nämlich bollos sondern die dinge hier machen die in dunkelblau kriegen man nicht genau ran das liegt auch nicht an irgendwelchen flüssigkeiten die fehlen oder sonst irgendwas liegt hat schlicht und einfach daran dass der rohstoff nicht da ist er hier als bollo produziert wird also daher kommen wir jetzt in den zugzwang bollo werke irgendwann einzurichten in größer in umfangreicher in toller so jetzt gucken wir doch mal bei der produktion rein und prüfen noch mal und da sehen wir jetzt hier die produktion ist auf einem konstanten stand von 6,3 gelandet keine ahnung also ich muss noch woanders scharkoil produktion haben die erschwankender weise aber was macht aber hier sind wir auf dem fall auch 6,3 k in zehn minuten und eigentlich auch nicht ganz wir müssten eigentlich wenn wir 60 pro sekunde name 3,6 k hier pro minute ok ja so und dann der verbrauch ist aber auch mal richtig hoch und mal also schwankt ok so in der letzten stunde in der letzten stunde haben mir 388.000 produziert und 363.000 verbraucht das ist nah dran hier haben wir deutlich über produktion hier mit deutlich über produktion und die haben eine deutliche über produktion das haben wir auch erst aufgeholt ja das haben wir erst aufgeholt nämlich 3,6 plus produziert letzten zehn stunden und 3,9 millionen verbraucht ok so also sind wir momentan im plus aber ich muss irgendwo noch eine scharkoil produktion haben die ich noch nicht die ich nicht mehr auf dem schirm habe ich glaube irgendwo zweige ich das noch als produkt ab wo es mit hergestellt wird was hier im kunststoffwerk ja hier aber nämlich charcoal auf dem weg genau und wenn da zu viel drauf ist auf dem laufweg dann wird das nämlich hier verwendet aber momentan haben wir eigentlich nicht genügend weil kunststoff in massen abtransportiert wird und da haben wir das nächste den nächsten engpass gefunden denn wir haben nämlich nicht genügend kunststoff was dazu führt dass wir noch mal kunststoffwerke bauen müssen aber lassen wir uns auch von vornerein klar dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denn tschüss